Kapitel 22 Geopolitische Strukturen Da die von der Bibel für die Endzeit gezeichneten politischen Entwicklungen durchaus dynamisch sind, sollen die jeweiligen Phasen zum besseren Verständnis grafisch abgebildet werden. Kapitel 22.1 Phase 1 Kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche Zunächst entsteht die Dekapolis als ein Städtebund, so wie in der Antike. Wie und auf welche Weise dieser Bund zusammenfindet, ist nicht klar. Dennoch beschreibt die Bibel diese aus der Antike mehrfach bekannte Struktur für die Endzeit. Damit ist das in Daniel 7 genannte Tier mit den Zehn Hörnern entstanden. Das Gebiet der Dekapolis gehört eigentlich zu Israel, denn es ist das ursprüngliche Gebiet des halben Stammes Manasse, der jenseits des Jordans blieb und nicht ins gelobte Land einzog. Aus dieser Gegend wird das sogenannte Tier aus dem Land kommen. Damit kommt es aus dem Land Israel, genauer, aus dem Stammesgebiet Manasse, jenseits des Jordans. Das Tier aus dem Land ist ein okkulter politischer Führer aus Transjordanien, der zunächst lediglich die Dekapolis beherrscht. Er ist der falsche Prophet. Kapitel 22.2 Phase 2, kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche Mehr oder weniger gleichzeitig bricht das moderne Israel auseinander, und zwar in ein Nordreich und in ein Südreich, so wie das im Alten Testament schon seit den Söhnen Salomos war. Auch hier ist in der Bibel nicht eindeutig abzulesen, wie und warum das geschieht. Für die Endzeit ist lediglich vorausgesagt, dass Israel sich in Judah und Ephraim aufteilen wird. Kapitel 22.3 Phase 3, kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche Nachdem sich die Dekapolis zusammengefunden hat, usurpiert der falsche Prophet, das Tier aus dem Land, das Nordreich Israels. Das ist ebenfalls in der Bibel nicht eindeutig beschrieben, ist aber naheliegend und entspricht der historischen Entwicklung, weil Pekach das im 8. Jahrhundert vor Christus tat, als er seinen König Pekach ja tötete und sich an seiner Stelle zum König von Israel machte. Der falsche Prophet fügt damit Nordisrael in sein politisches Einflussgebiet ein. Wie schon gesagt, beschreibt die Bibel nicht genau, wie und warum Israel in der Endzeit in ein Nord- und ein Südreich auseinanderbricht, aber dass es geschieht, ist vorhergesagt. Denn die prophetischen Vorhersagen, unter anderem aus Jesaja und die Prophetien aus der Johannes-Offenbarung, setzen diese politische Struktur für die Endzeit als gegeben voraus. Kapitel 22.4 Phase 4, kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche Bald danach und noch vor Beginn der 70. Jahrwoche schließen Damaskus und die Neodecapolis ein Bündnis. Daniel 9, Vers 27 nach der neuen evangelistischen Übersetzung Für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund mit den vielen schließen. Damit ist das Tier mit den zehn Hörnern und den sieben Häuptern entstanden, das in Offenbarung 12, Vers 13 und 17 erwähnt wird. Zu Beginn dieses Bundesschlusses zwischen Damaskus, der Dekapolis und dem Norden Israels wird Damaskus noch schwach sein, denn das sagt Daniel 8, Vers 9. Aus einem von ihnen kam ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es ganz klein, aber dann wuchs es gewaltig nach Süden, Osten und dem Land der Zierte nach Israel hin. Der Bund zwischen Damaskus, der Neodecapolis und dem Norden Israels wird zwar für sieben Jahre geschlossen, aber das Tier aus dem Meer, der Antichrist aus Damaskus, herrscht lediglich 42 Monate, denn das sagt Offenbarung 13, Vers 5. 42 Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben und anmaßende, gotteslästerliche Reden führen. Niemand hinderte es daran. Die einzige Möglichkeit, um die Differenz zwischen der Dauer des Bündnisses von sieben Jahren einerseits und den 42 Monaten der Herrschaft des Tieres aus dem Meer andererseits miteinander in Einklang zu bringen, ist die, zu unterstellen, dass das kleine Horn zwar insgesamt sieben Jahre politisch existiert und so lange auch einen Bund eingeht, selbst jedoch erst in der zweiten Hälfte der Jahrwoche, also nur für die Dauer von 42 Monaten die Herrschaft übernimmt und das Bündnis anführt. Dieses Bündnis wird sich gegen Judah und insbesondere Jerusalem wenden, wie das auch im Syro-Ephraimitischen Krieg im 8. Jahrhundert vor Christus der Fall war. Kapitel 22.5, Phase 5, am Anfang der 70. Jahrwoche Gegen dieses Bündnis wirken Judah und Jerusalem als das Verbleiben des Südreich Israels geradezu beängstigend klein und unbedeutend. Das Bündnis aus Damaskus, Nordisrael und der Neo-Dekapolis greift, jetzt noch unter der Führung der Neo-Dekapolis, Jerusalem an. In dieser Belagerung bekehrt sich Jerusalem zu Jesus Christus und wird wiedergeboren. Die Koalition wird Jerusalem aber nicht erobern, sondern unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dann ist Jerusalem der dritte Tempel, weil die ganze Stadt wiedergeboren ist. Weil der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, wie schon mehrfach erläutert, den Beginn der 70. Jahrwoche auslöst, erfolgt dieser erste Angriff auf Jerusalem noch unter der Führung der Neo-Dekapolis bzw. Nordisraels. Dann ist Damaskus lediglich beteiligt, denn dessen Herrschaft dauert nur 42 Monate und wird erst in der zweiten Hälfte der Jahrwoche sein. Wir sehen gleich, warum das so ist. Kapitel 22.6 Phase 6 während der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche Mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnt die 70. Jahrwoche zu laufen. Während dessen erster Hälfte wächst das kleine Horn zu ungeahnter Größe heran und wird größer als die zehn Hörner neben ihm. Daniel 7, Vers 20 Gleichzeitig wächst im Osten eine Struktur heran, die aufgrund ihrer Lokalisierung am Euphrat, dem historischen Assyrien, gleicht und die wir hier Neo-Assyrien nennen. Davon spricht Offenbarung 16. In Vers 12 steht Damit entwickelt sich die geopolitische Struktur der Endzeit genau zu der politischen Situation, die schon einmal im Jahr 733 v. Chr. zur Zeit des Königs Ahas bestand und bereits in Jesaja 7 beschrieben wird. Sie ist also nichts Neues. Allerdings fehlt noch eine Komponente, die Jesaja vorgibt und das ist Ägypten. Kapitel 22.7 Phase 7 in der Mitte der 70. Jahrwoche In der Mitte der Jahrwoche übernimmt Damaskus die Führung des Bündnisses. Der biblische Nachweis für diese Machtübernahme sieht wie folgt aus. Offenbarung 13, Vers 1 Hier sind noch die Hörner des Tieres gekrönt, das heißt das Bündnis wird noch vom Tier aus dem Land, der Neodecapolis geführt. In der Mitte der 70. Jahrwoche geht dann die Macht auf das Tier aus dem Meer über. Offenbarung 17, Vers 12 folgende Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht empfangen mit dem Tier. Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. Danach hat dann das Tier sieben gekrönte Häupter. Offenbarung 12, Vers 3 Aufgrund dieser Aussage der Bibel wird deutlich, dass Offenbarung 12, Vers 3 zeitlich vor Offenbarung 13, Vers 1 liegen muss. So wird unter anderem auch nachvollziehbar, dass die Offenbarung nicht in stringenter zeitlicher Abfolge geschrieben wurde, sondern zeitliche Sprünge aufweist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Es soll lediglich festgestellt werden, dass in der Mitte der Jahrwoche die Macht vom Tier aus dem Land auf das Tier aus dem Meer übergeht. Nach 1260 Tagen, wenn die beiden Zeugen ihren Dienst beendet haben, greift die Koalition Jerusalem erneut an. Da diese Koalition jetzt unter der Führung von Damaskus steht, das mittlerweile zu ungeahnter Größe herangewachsen ist und die Führung der Koalition übernommen hat, ist es der Antichrist, der Jerusalem besiegt und erobert. Er ist es, der seine Hand an die beiden Zeugen legt und sie umbringt. Dann setzt er sich in den Tempel, das ist die wiedergeborene Stadt Jerusalem und feiert dort seinen Triumph über die bis dahin unangreifbaren zwei Zeugen. Er selbst gibt sich als Gott aus. Währenddessen wächst im Norden die Macht des Neo-Assyrischen Reichs weiter an. Bald wird es so groß sein, dass es sich nach Süden ausdehnen will. Kapitel 22.8 Phase 8 in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Nun folgen fünf Monate Schreckensherrschaft in Jerusalem unter der okkulten Führung des falschen Propheten. Warum diese Herrschaft fünf Monate dauert, wird in Kapitel 24.18.2 näher erläutert. Hierauf jetzt schon einzugehen, stört den Handlungsablauf. Setzen wir es zunächst als gegeben voraus. Der falsche Prophet wird ein Schreckensbild aufstellen und die Stadt gräulich verwüsten. Wenn Gott diese Zeit nicht auf fünf Monate verkürzt hätte, würde kein Fleisch selig werden können. Dann herrscht eine ungehemmte, teuflisch-okkulte Finsternis im Reich des Antichristen und in Jerusalem. Kapitel 22.9 Phase 9 Nach den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Wie oben erwähnt, spielt Ägypten in der politischen Situation, die wir aus Jesaja 7 kennen, eine maßgebliche Rolle. Im Jahr 733 v. Chr. warnte Jesaja Ahas davor, einen Bund mit Ägypten gegen Damaskus und oder Assyrien einzugehen. Auch der Rapschake unterstellte bei der Belagerung der Stadt im Jahr 701 v. Chr., dass Hiskia einen Bund mit Ägypten eingegangen sei. Auch diese politische Struktur ist in der Bibel also schon lange bekannt und wiederholt sich in der Endzeit. Das endzeitliche Ägypten soll daher hier, ganz in Analogie zu Daniel 11, als König des Südens bezeichnet werden. Denn nach fünf Monaten kommt der König des Südens und überredet Jerusalem, sich ihm anzuschließen, während der falsche Prophet noch in der Stadt ist. Damit provoziert der König des Südens den König des Nordens, also die Koalition zwischen Damaskus, Nordisrael und der Dekapolis. Denn in Daniel 11 steht, und am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm messen, und der König gegen Mitternacht wird gegen ihn stürmen. Daniel 11, Vers 40 sagt somit, dass die Provokation vom König des Südens ausgeht. Der König des Nordens zieht dann gegen ihn und bekämpft und erobert Jerusalem erneut. Das alles passiert nach den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Der König des Nordens wird dann die aufrührerische Stadt Jerusalem vollständig unbewohnbar und dem Erdboden gleich machen. Das meint Jesus, wenn er in Matthäus 24, Vers 2 sagt, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Im Alten Testament ist das durch die Aktion Abimelechs angedeutet, wenn er Salz auf Sichem schüttet. Der Antichrist vertreibt dann den König des Südens aus Jerusalem. Aber damit nicht genug. Er zieht ihm nach und erobert ganz Ägypten. Laut Daniel 11 erobert er sogar Libyen und Kusch, wobei Kusch in der Bibel ganz allgemein für Nordafrika verwendet wird und nicht allein für Äthiopien. Kapitel 22.10, Phase 10, am Ende der 70. Jahrwoche. Auf seinem Siegeszug in Nordafrika erschreckt den Antichrist ein Geschrei von Osten und von Norden. Daniel 11, Vers 44 sagt, es wird ihn aber ein Geschrei erschrecken von Morgen und Mitternacht und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Dieses Geschrei ist die Nachricht davon, dass das neo-asyrische Großreich vom Euphrat nach Süden vorgerückt und in das Land des Königs des Nordens, des Antichristen, eingefallen ist. Offenbarung 9, Vers 13 Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den Vierecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Auf ihrem Vormarsch töten die Neo-Assyrer in Israel den dritten Teil der Menschen und zerstören Damaskus. Vergleiche Jesaja 17. Schließlich stellt sich das neo-asyrische Heer in Hamageddon zum Kampf gegen den Antichristen auf. Der Antichrist zieht daraufhin zurück, um gegen die Neo-Assyrer zu kämpfen. Er zieht hinauf bis nach Hamageddon, um dort auf die Neo-Assyrer zu treffen. Das nennt man im Allgemeinen die große Schlacht von Hamageddon. Aber sie findet nicht statt. In Daniel 11, Vers 45 steht, dass der Antichrist bei der Belagerung Jerusalems ums Leben kommt und Daniel 7 sagt, dass das kleine Horn bis zum Ende und damit bis zur Wiederkunft Christi herrschen wird. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten verstören und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seiner Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zu Grund vertilgt und umgebracht werde. Gleichzeitig berichten die Propheten des Alten Testaments von einem neo-asyrischen Großreich, das in Israel einfällt und auch Jerusalem belagert, bis es bei der Wiederkunft Christi besiegt und zwischen zwei Meeren verfaulen wird. Joel 2, Vers 20. Es werden also zwei Heere, das des Antichristen und das der Neo-Assyrer, gegen Jerusalem ziehen und dort mit allen ihren Verbündeten zum großen Gerichtstag des Herrn versammelt werden. Kapitel 22.11, Phase 11, am Ende der 70. Jahrwoche. Unmittelbar vor der geplanten Schlacht von Hamageddon treten in Jerusalem die beiden Zeugen auf ihre Füße und werden in den Himmel entrückt. Das ist die Eindrückung, von der Paulus in 1. Thessalonischer 4 schreibt. Die, die sie sehen, geben dann Ehre dem Gott des Himmels. Offenbarung 11, Vers 11 folgende. Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie traten auf ihre Füße. Und eine große Furcht fiel über die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde ward ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel und wurden getötet in dem Erdbeben siebentausend Namen der Menschen. Und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Die, die die beiden Zeugen und ihre Entrückung sehen, sind Israelis, die im Bund mit dem Antichristen sein werden. Das Ereignis der Entrückung ist so gewaltig, dass sie vom Antichristen abfallen und zu Gott umkehren. Sie bekehren sich dann nicht mehr zu Jesus Christus, weil eine Wiedergeburt dann nicht mehr möglich ist, denn die Gemeinde wurde eben entrückt. Damit ist das Zeitalter der Gemeinde aber beendet und keine Wiedergeburt mehr möglich. Sie bekehren sich also in einer alttestamentlichen Weise zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und geben ihm die Ehre. Damit aber sind sie vom Antichristen abgefallen und müssen fliehen. Sie verschanzen sich dann in den Trümmern Jerusalems. Damit fällt die Stadt Jerusalem aber erneut vom Antichristen ab. Der zieht nun gemeinsam mit den Neo-Assyrern und allen ihnen zur Verfügung stehenden Truppen und Menschenmassen nach Jerusalem hinauf ins Tal Josaphat, um die Stadt endgültig zu zerstören. Damit kämpfen sie gegen das Lamm. Joel 4, Vers 1 folgende. Denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit, wenn ich das Gefängnis Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen das selbst rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich mein Land geteilt und das Los um mein Volk geworfen haben. Gott versammelt also alle Völker nach Jerusalem. Libyen, Kusch, Ägypten, Syrien, Neo-Assyrien und sämtliche Völker, die mit dem Antichristen im Bund sind. Der Antichrist und die Neo-Assyrer brechen noch einmal in die Stadt Jerusalem ein. Die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber die andere Hälfte wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Sahaja 14, Vers 1 folgende. Siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, dass man deinen Raub austeilen wird in dir. Denn ich werde alle Heiden, wieder Jerusalem, also nicht gegen ganz Israel, sondern nur gegen Jerusalem, sammeln zum Streit. Und die Stadt wird gewonnen und die Häuser geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber am Abend wird es Licht werden, denn dann kommt Christus vom Himmel auf den Ölberg herab. Der Ölberg teilt sich dann in zwei Hälften nach Norden und nach Süden sehr weit voneinander und in diesen Zwischenraum flüchten die, die bei der Entrückung der beiden Zeugen, dem Gott des Himmels, die Ehre gaben. Sahaja 14, Vers 3 folgende. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder die Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streits. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei Spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird. Und ihr werdet fliehen in solchem Tal zwischen meinen Bergen. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Zu der Zeit wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, um den Abend wird es Licht sein. Am Abend wird es Licht, weil dann Christus kommt, um seine Stadt zu retten. Dann besiegt er den Antichristen und den falschen Propheten und verwirft beide in den Feuersee. Auch das Heer der Assyrer wird laut Joel 2, Vers 20 in Hamageddon besiegt und dort verfaulen. Dann richtet Christus sein tausendjähriges Friedensreich auf.